Nein! Ich möchte nicht mehr leben! Hat er nicht gemacht. Oh Leute, ich hab so Bock wieder zu streamen, Alter. Später dann, wie gesagt, noch ein bisschen Fortnite Custom Games. Ich geb dir mal was zu fooden und so. Ah, warte, komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit, ich hab sogar noch ein bisschen Stuff, den ich nicht brauche. Möchtest du auch so einen Hexenhut haben? Weil die sind extrem nice. Ja, ich möchte alles haben. Aber Hexenhut klingt richtig stark. Ich hatte die Wahl zwischen einem Diamanthem und diesem Hexenhut, der keinen Rüstungseffekt hat. Ja, natürlich nehme ich den Hexenhut, oder? Ich hab schon einen coolen Hut. Findest du den nicht cool? Genug? Was ist das, Alter? Warte, nimm mal den Kram hier. Du kannst auch Tea direkt mitbringen, wenn du willst. Hier, hier, hier. Ja, ja, ich bring's natürlich Tea mit. Ja, ja, natürlich, oder? Hier ist noch eine Pickaxe. Ein bisschen Wildschwein in deinem, was auch immer das ist, Garten. Das ist Gustav, der wohnt bei mir im Garten schon was länger. Ich hab auch eine Hausschnecke, guck mal. Zack, zack, so. Gustav ist weg auf einmal. Was, hast du Gustav umgebracht? Nein, 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 nein. Ah ne, Gustav ist hier oben. Nein, meine Schnecken, meine Schnecken. Gustav hat bestimmt... Hier saß die ganze Zeit eine Schnecke auf dem Bett angebunden mit einer Leine, weil ich geh mit der einmal am Tag Gassi. Und die ist weg. Aber komm... Du kannst eine Schnecke anbinden mit alleine. Oh mein Gott, was soll das denn? Guck dir, warte. Dizzy, geh nicht weiter. Oh ja, ich seh's. Was soll das denn, Junge? Hä, willst du mich verarschen? Wo kommt der denn her? Ich will einfach nur Abenteuer erleben. Erlebst du gleich Abenteuer, Revi? Ich will gleich richtig viele Abenteuer. Ich will so ein Dungeon klären. Ich hab viel zu viel zu gebaut und ich will Abenteuer klären. Du bist mein bester Freund. Okay, hinten, ganz krank, hinten ist eine neue Dimension. Aber... Neue Dimension? Würde ich am liebsten mit eins zusammen machen. Und wenn wir da alleine reingehen, wir sind sofort down. Ich weiß nicht, das sieht schön aus. Was du hier machst. Mein Feld? Ja, nehmt ihr ruhig. Also ihr könnt euch selber Kartoffeln auch nehmen und selber anpflanzen oder so, ne? Ich krieg jedes Mal, wenn ich Kartoffeln in Minecraft, Digga, ich krieg jedes Mal diesen Flashback an diesem Moment, wo du diese eine Kartoffel gegessen hast, die wir hätten unbedingt brauchen können, Junge. Ich krieg das nicht aus meinem Kopf. Classic Moment. Komm, Gustav. Alter! Komm, komm. Warte, ich zeig's dir, Mathi, ich bring sie mal kurz zu dir. Also eigentlich ist sie immer angekettet, aber momentan, sie hat ein bisschen Freilauf bekommen. Aber das Ding ist, die war die ganze Nacht über frei und die ist nicht weggelaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist schon so viel abgeht. Wir sind geistkrank am Grinden gewesen. Wir sind ja richtig crazy, oder? Junge, Junge, Junge. Ich hab auch schon eine ganze Weile gespielt, aber ich hab halt nur gebaut. Komm mal kurz runter, dann zeig ich dir Gustav. Ach. Willst du nicht sehen? Doch, doch. Hier, das ist meine Schnecke Gustav. Guck, mit der geh ich Gassi. Siehst du? What's up? Die versteckt sich aber manchmal. Warte, ich mach sie mal kurz hier fest, dann kannst du sie genauer angucken. Du musst ein bisschen weiter weg gehen, sonst kommt sie nicht aus ihrem Panzer raus. Da siehst du? Gustav. Oh, halt's ab, Junge. Oh. Er springt's auch wieder rum. Nein! Jemand hat Minecraft umgebracht. Hä? Nein! Was? Mein Fisch, der hieß Minecraft, der ist weg. Nein! Den hat, ich hab den extra Name-Taktik. Oh mein Gott, den hat jemand gegessen. Was? Ehrenlos, Alter. Irgendwer musst du ihn gegessen haben. Wirklich. Wart ihr schon in dem Minenschacht da vorne? Wahrscheinlich nicht. Nee, lass, lass, lass. Towerclean oder direkt den ganzen Dungeon, Digga. Ja, komm. Minenschacht, Minenschacht, Digga. Kann ja auch einfach mal klein anfangen. Ja, wir machen ja einen Reis. Wollen wir ohne Schokobus? Ja, ne? Ja, lass ohne. Ja, wir können nur zum Fuß gehen. Hä, könntest du nicht fliegen? Guck mal. Was? Oh, ich will das alles auch. Ich will das alles. Da vorne, da vorne ist irgendwer. Warte mal, wer ist das? Sturmwoffel, komm, wir bringen ihn um. Ich will auf diesen fucking Flugstab nehmen. Ich glaube, hier ist direkt ein Dungeon. Jetzt hat ein Elefant. Ja, sollen wir das Dungeon hier direkt nehmen? Ja. Ah, okay, ja. Das fängt unten hier erst an. Ah. Ja, ich dachte schon. Warum rennt der direkt da ganz runter? Das ist das Elefant laut. Okay. Revi, was ist hier bedürftig? Oh, wir sind Hebel. Oh, ich hab das Licht nur ausgemacht. Oh, ich hab das Licht nur ausgemacht. Ich hab das Licht nur ausgemacht. Oh, ist aufregend. Das ist echt aufregend. Oh, zwei Creeper. Wo seid ihr denn jetzt schon? Tobi. Oh, nein. Hier vorne. Setz mal fucken am besten. Hä? Ist hier nicht dein Loot drin? Hallo? Wird das schon gelootet alles? Kann ja nicht sein, oder? Nee, hier ist. Alter Entschaden. Schuhe, Goldnuggets. Nee, hier ist noch auf jeden Fall was drin. Okay, dann gehen wir hier lang, Tobi. Da, wo die zwei Creeper sind. Kann dir auch noch mehr geben. Aber Achtung, ich wäre gerade fast gestorben. Tobi, hier vorne Mobspawner? Weil wir den Beinen noch nicht haben. Laterne gönnen wir uns auch. Tobi, guck mal. Hä? Warte mal, über uns ist was, glaube ich. Oh, nee. Bro, was ist das? Warte, warte, warte. Hier ist ein Hebel, ne? Wollen wir den einfach betätigen? Okay, da hinten. Oh, warte, warte, warte. Was ist das? Oh, oh, oh. Ich hab schon den Weg frei gemacht. Was ist das? Ja, aber was ist das? Geh weg! Komm, Tobi, wir klatschen die. War der jetzt gleich tot? Wen klatschen wir? Ah! Ah, hier. Ich dachte jetzt, ich habe ihn gekillt. Ich dachte jetzt, der wäre so überstark. Man müsste so krank vorsichtig sein. Wenn wir uns jetzt trennen, sollen wir dann erstmal in verschiedene Channeln gehen. Ey, Jungs, hier unten. LOL! Guck mal, die Emerald, Bro, für Villager. Alter! Leute! Okay, bist du nicht in meinem Keller? Schwörst du? Dein Keller ist bei dir in der Nähe, ne? Okay, sag mir deine Koordinaten, sag mir deine Koordinaten. 1800, 2200. Ja, ist es direkt unter meinem Haus. Halt's Maul, echt jetzt? Bro, das ist nicht dein Keller. Okay. Du kannst nicht zu jedem Keller sagen, dass es deiner ist, Simon. Es ist alles mein Keller. Nein, Simon! Das stört mich schon von Anfang an mit dir! Bist du immer behaupten, dass das dein Keller ist! Könnt ihr über die Stadt gehen? Wir brauchen Hilfe, weil wir haben Drachen. Ja, aber wir erleben gerade ein Abenteuer. Ja, aber wenn ihr nicht helft, dann ist die Stadt gleich kaputt. Meins auch? Ja, der ist bei deinem Haus. Was? Halt's Maul, wirklich? Ja, der ist bei deinem Haus gerade. Er geht gerade alles töten. Okay, Tobi. Die Tees Haus. Okay, ich bin bei euch, ich bin bei euch. Lass angreifen, komm. Ja, Rewi, Vorsicht. Ihr dürft nicht angreifen, sonst greift der ja. Boah, sonst greift der. Er ist ein richtig fetter. Egal, kriegen wir down. Ich spamme einen Bogen drauf, okay? Seid ihr ready? Ja, okay. 3, 2, 1, go. Angriff. Alter. Ich kann ja gar nichts machen, Alter. Der damage macht gut Damage, weiter, weiter, weiter. Alter, ist der laut. Der macht gar nichts, Junge. Der ist richtiger Dieter, also guck mal. Der kriegt nix. Wenn wir so alle aufs Sammler greifen, hat der keine Chance. So. Los, 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 weiter. Oh, er ist auf die Ack. Oh, er ist auf die Ack. Oh mein Gott, er ist auf mich. Er ist unter mir. Oh mein Gott. Nice, aber der Damage ist gut. Der Damage ist gut. Der Damage ist sehr gut. Der Damage ist sehr gut. Der Damage ist sehr gut. Der hat mich im Maul, der hat mich im Maul. Hilfe! Oh mein Gott. Ah, er frisst mich. Hör auf zu lachen, Mo. Hör auf zu lachen, Junge. Ich bin tot, nein. Revis tot. Und Mo ist auch tot. Revis tot. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir heben euch nicht auf. Wir heben euch nicht auf. Oh mein Gott. Oh shit, die Blumenwiese brennt ab. Das sind sechs andere Spieler. Ich sterbe. Nein, die ganze Wiese brennt. Nein, 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 nein. Nicht die Blumenwiese brennen lassen. Das geht sonst auch hoch bis zu Taddel. Ich lege euch die Knochen auf den Grab. Hier. Danke. So. Revis wiederbelebt. Revis, du bist wiederbelebt. Revis, du bist wiederbelebt. Ich habe auch noch die Drachensachen. Leute, die teilen wir uns auf, okay? Hier sind acht Drachenknochen. Hier ist Drachenfleisch. Die Drachenschuppen habe ich nicht. Mo. Hinrichtung. Hinrichtung. Hallo, entspann dich mal. Junge. Oh, der Arme. Ich bring dich gleich wirklich um. Die Drachenschuppen, das wertvollste. Wo sind die Drachenschuppen? Ich habe keine Drachenschuppen. Ich habe keine Drachenschuppen. Ich habe keine Drachenschuppen. Gehe ich weg. Hey, Simon, was hast du für ein Schwert? Feuerschwert? Ein Drachenschwert. Feuerschwert. Feuerschwert. Es ist ja noch das Drachennest, Leute. Wo ist dieses Ding? Oh Gott, fast in einem Fallschaden gestorben. Leute, wir haben... Wie viel habe ich noch? 20 Minuten geht ungeklickt los. Ich muss aber jetzt nochmal in dieses Drachennest. Ja, komm, ich komm mit. Hier, lass doch rein, da, rein, da, los. Kommt ihr mit? Ja. Die sind ja schon unten, die Geier. Hey, nein, Quatsch. Das war mein Säckchen, gib mir das mal. Warte, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich wollte mich gerade hochbauen. Typisch. Erwischt. So, jetzt gucken wir jetzt mal um hier. Let's go, Leute, let's go. Ist nichts mehr drin, ist nichts mehr drin, ich habe alles leer gelootet. Okay, hier ist ein Ogre, ich bin weg, ciao. Hab alles leer gelootet. Willkommen. Auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss. Hey, Seran. Achso, Admin. Na, wegen GameMode, ich bin noch Admin. Reh, jetzt in dem Flugstab da rein. Hast du wirklich alles gelootet jetzt? Nein, in den Kisten waren nur sch*** Knochen drin, ich habe nur die ganzen Bones raus. Ah, der Laber, der Laber. Ey, guck jetzt in meinem Stream mein Inventar. Der Reh macht dir seine Solo-Aktion. Ja, ja, ja. Geh rekt. Ich bin ja auch gestorben. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch gestorben. Junge Reh, hast du das Drachenei? Hast du das Drachenei gefunden? Nein, hab ich nicht, ich schwöre es dir. Da war kein Drachenei? Nein, hier war kein Drachenei. Reh, wie? Walla, Bruder, ich habe keins. Das Ei. Ich hab das Ei wirklich nicht. Ich schwöre es dir, Simon, auf meine Mutter. Ich habe es nicht. Du wolltest das Ei aber sneaken. Vielleicht. Dein Flugstab, der, du bekommst den nicht gut. Drehst schon wieder durch. Die Macht, die Macht. Ich kann damit nicht umgehen. Tobi, hier rechts ist ein Feuer-Golem. Den müssen wir kurz legen. Wo? Direkt bei unserem Haus. Ja, moin. Und bei T4, der Haustier ist halt ein anderer Golem. Warte, ich muss den. Oh nein. Ah, hier der, ja. Okay. Bloody hell. Tobi, komm mal schnell zu mir. Ich weiß nicht, was der macht. Schade. Ja, moin. Der hat meine Waffe geklaut. Tobi, ich brauche Hilfe. Ja, warte, ich bin laut. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Wo bist du denn? Ich bin vor T4s Haus und blind. Achso, warte. Der macht T4s. Nein. Wir müssen ihn umbringen. Wir müssen ihn umbringen. Tobi, der klaut deine Waffe und du bist blind danach. Du bist blind danach. Oh, 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 oh. Nein. Ich möchte nicht mehr leben. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wo ist der hin? Das aussah, Alter. Wie du abgehauen bist, T. Wie, er ist weg. Nein. Krank. Ja, moin. Ich hab für dich. Ja, fucking moin. Hier ist ein Bett für euch. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Hallo. Alter, T dann ganze... Ja, ich hab keinen Bock mehr zu spielen. Hey, entspann dich doch mal. Junge, bei mir ist die komplette Farm... Oh. Mann. 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 Mann, Digor. Ja, ich hab's gesehen. Ich kill ihn. Wir beide. Mann. Wo hat er jetzt verzaubert? Ja, moin. Poisonous Lifestyle. Egal, passt. Der ist nicht schwer. Digga, der hat ein Poisonous Lifestyle an den Lifestyle. Wer hat da geschossen. Creeper, achten Creeper, Creeper, Creeper. Nein, Digga, ich hab drei AP. Mann, was mach ich denn jetzt mit meinem Leben? Als ob. Ist nicht passiert. Ja, moin. Ich werd auch drauf gehen. Der ist übertrieben OP. Alter, der hat nicht one-hitted, der Typ. Du bist gestorben. Hab die perfekte Lösung. Ja, jetzt. Ich liebe ihn. Er hat ein Ei gedroppt, Tobi. Oh, und ich bin gestorben. Er hat ein Ei gedroppt. Yes! Digga, sch***er Schokobo, Junge. Okay, Tobi, ich belebe dich kurz wieder. Ey, heute ist es aber wirklich krass. Ich hab noch einen Zauberhut für dich, Adi. Den ziehst du jetzt an, diesen Schatzhut. Bitte, aus Anerkennung, okay? Ja, komm vorbei. Dass wir dich zuerst ins Abenteuer gelockt haben, dann gerettet haben und danach euer Haus zuerst einmal gerettet haben und dann euer Haus kaputt machen lassen haben. Aber auch es wieder gerettet haben. Okay? Okay. Komm. Hier, Dizzy. Junge, du Retard, Alter. Zieh deinen Hut an den Mund. Ich bin unironisch richtig abgefuckt. Ja, Digga, das ist mir bei gestern im Stream auch schon passiert. Life is hard, but Ogres are harder. That's a commis Sprichwort. Okay, Tobi, ich bin... Halt's ab, Junge! Wo, Rivi? Ich geh hier hin, setze die ersten Blöcke, um die Mauer zu reparieren. Creeper kommt von hinten explodiert. Das war's, Leute. Stream vorbei für heute. Nein, als ob. Okay, Tobi, es geht los. Hier ist das Ei. Oh mein Gott, ich kann einen Namen aussuchen. Ich nenn ihn... Wie nennen wir ihn? Ähm... Manni. Wir nennen ihn Manni Mark, okay? Da, Manni Mark. Ja, moin. Wir haben endlich einen Mantico, Bro. Krank. Ja, Tobi, wir haben heute effektiv gar nichts geschafft, ne? Außer, dass halt unsere Freunde zweimal gestorben sind und wir auch jeweils. Aber, ich hab hier oben schon mal angefangen, Terraforming zu betreiben, wie du siehst, Tobi. Und ich glaub... Wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Die sind weg? Nein. Spann dir. Hast du deinen Hexenhut auf? Ja. Du siehst so krank damit aus, Junge. Warte, ich geb dir noch neuen Stuff. Dizzy, komm mal mit. Soll ich dir mal Manni Mark zeigen? Als ob... Als ob... Als ob ihr Villager eingesperrt habt. Nein, die... Das ist nur... Das ist so ein Projekt... So integrative Arbeit und das ist... Als ob, ja. Also macht der da kein... Das ist... Ne, ne, ne. Die waren... Das sind auch alles... Also... Sozialstunden haben die grad deshalb. Guck hier, Manni Mark. Als ob wie süß. Wenn der groß und stark wird, bring ich damit alle im Server um. Ich mein, können wir damit alle zusammen fliegen, klar. Was kann der dann noch so machen? Unendlich fliegen. Geil. Habt ihr eigentlich schon die Quest gesehen, was man machen muss? Ja, ja. Was muss man machen? Wir müssen einen Friedhof neu bauen. Oh. Ja, lass mal in der Nähe von jedem... Also ein bisschen näher hier, oder? Ja, halt bei T in der Nähe, Ike. Ja, genau, ja. Da vorne ist nochmal ein Skorpion, Tobi. Wow, ich seh's. Da ist noch ein Mantikor. Was, jetzt echt jetzt? Ja, ja. Ich flieg hin. Ich fahr hin. Ich lauf hin. Hast du grad einen Lutscher im Mund, Tobi? Ja. Ich glaub ich sterb. Jemand hat meinen Fisch Minecraft umgebracht. Wisst ihr das? Ich hatte einen Fisch namens Minecraft. Der ist tot. Ja. Da sagt ihr nichts mehr, ne? Ja. Ne, du kannst mir helfen. Ja, was denn? Ich bin gestorben. Was? Ja, beim Mantikor. Digga, auf einmal war da ein Zombie drauf und das Zombie war irgendwie verzaubert. Du müsstest mich jetzt bloß wiederholen. Aber kein Bock. Bitte. Hier ist auch ein Mantikor. Den kannst du dann hier. Okay, hier kommt der Friedhof hin gleich. Desi, der ist direkt vor... T, guck mal, wenn hier der Friedhof wäre, schau mal wo ich grad stehe. Ist das schlimm? Ja. Okay, dann machen wir den da hin. Nein. Doch. Und das Lustige ist, dass... Boah, ich hab extra das Haus gebaut, dass mein Panoramafenster den View auf die Natur hat, die da ist. Ja, okay, dann machen wir den woanders hin. Aber wir bauen den so, dass alle Leichen... Warum baust du da Dreckstift hin, Adi? Hm? Was machst du? Wir bauen den extra so, dass halt die Leichen, die ganzen Geister der Unruhen, Untoten halt ständig bei euch sind. Ja, das find ich in Ordnung. Aber nicht die Landschaft wegmachen. Warte, Tobi, ich lasse dem Antikor. Noch ein Ei! Echt jetzt? Dark-Mantikor-Eck. Tobi, ich schwöre dir. Dark-Mantikor-Eck. Looooool! Der kommt fest! Der kommt fest! Ey, warte, geh mal, ich lieg hier in dem Wald. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, siehst du mich? Als ob, Junge, zwei! Wir haben zwei Mantikors, Alter. Ganz ehrlich? Lass C und Adi gleich angreifen, wenn die das nicht hören. Ja, warte, aber das darfst du dir nicht sagen, weil die hören das sonst. Vom Lachen. Hä? Hä? Witz, Witz! Okay, Tobi, ich hab deinen Grabstein abgebaut. Ja. Oder darf ich den anderen haben? Hä? Hä? Das war... Also, ich hätt gern den dunklen. Dann können wir die Chocobos eigentlich verschenken, oder? Nein, bist du dumm. Ich verschenke doch nicht die der Chocobobo. Junge. Ich verschenke auch nicht Baggerfahrer. Okay, T, guck mal. Angenommen, der Friedhof wäre hier. Ja. Ja, find ich gut. Okay. Gut. Tobi, du bist der Erste, der auf den neuen Friedhof liegt. Echt? Ja. Ist schon. Ja, wir bauen jetzt erstmal Friedhof. Komm, du kannst wiederkommen. Juhu. Ach, Mann. Ich muss echt aufpassen, Alter. Warte, ich weiß nicht. Lauf dann immer hin. Mann, das sieht alles nicht mehr so gut aus wie vorher. Wisst ihr, wie unser anderer Chocobo heißt? Baggerfahrer. Aber mit einem G und falsch geschrieben. Baggerfahrer. Dieses H nach dem R. Mit einem G und falsch geschrieben. Hä? Ich schreib mal Bagger nicht mit einem G? Hä? Ach, Mann. Ich hab keinen Schmerz. Warte, mach mal das Ei zu hier. Wie heißt der andere? Ja, mach ich gleich. Tobi? Ja, das will ich. Weißt du, wie viele Plätze dieser Friedhof haben musste? Weißt du das noch? 500. Ne, haben die doch... Ach so, hat der dazugeschrieben? Glaub schon. Naja, ich sag mal sowas. Bei uns echt 500, glaub ich. Ne, ich kann ja mal nachchecken. Okay, dann baust du so lang kurz und ich check mal kurz ab. Wir brauchen... Wir nehmen halt diesen Matsch jetzt, Tobi, weißt du, als Grab. Wenn du auch ein richtiger Gräber so mit Umrandung und so, dass das schön aussieht. Ja, ja. Dann kann sie auch immer, wenn er morgens aufsteht... Aber dann müssen wir schon mal welche vorbauen, damit man nicht immer beim Tod mal bauen muss. Ja, ja. Dann kann sie auch morgens direkt über den Friedhof schlendern und schlechte Gedanken für den Tag sammeln. Also pass auf, ein Friedhof mindestens 30 x 40 Blöcke. Ja, wir müssen den auch größer machen, Digga. Und ein Infobed für zukünftige Quests. Ja, das ist gut, mach erst den Friedhof. Und den Brunnen, den machen wir danach. Wollen wir die Stadt gleich so richtig geil so strukturiert aufbauen? Nee, unschulter. Okay, ja. Tut mir leid. Kann ich das Ei haben, dann tue ich das zu deinem Antikor. Nee, aber dann ist das ja deiner. Ja, aber du hast ja den einen schon. Ich will aber nicht den einen haben. Ich will den dunklen haben. Nein, aber dann hast du beide. Dann lass mich den wenigstens schlüpfen. Ja, aber dann kannst du den Namen geben, der mir nicht gefällt. Ja, ich geb dir. Du kannst den Namen aussuchen. Manni Mark hat dir auch gefallen. Nee, hat er nicht. Ja, ich habe beide Eier bekommen. Du kriegst gar nichts. Ich habe die bekämpft. Gib dir jetzt noch tötig. Du hast eine Eisenrüstung, was willst du von mir? Ja. Ja, aber guck mal dein Schwert an. Okay, schlag mich an. Knockback 1 in Looting. Schlag mich. Schlag mich. Alter, was hast du denn für ein Schwert? Ja. Hä? Hat dir gar keinen Schaden gemacht? Tobi, wollen wir es wirklich fighten? Okay, warte, drei. Zwei, eins. Warte, ich hole was. Nee, 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 nee. Wir fighten einfach gar nicht. Ich habe das schon mal gemacht. Manni. Nein, warum? Der heißt nicht mehr Manni. Können wir nicht, Tobi? Wir machen wie Leasingwagen. Jeder kann jeden fahren, okay? Aber der schwarz ist mir. Nein. Warum denn? Junge, ich habe beide getötet. Ich habe dich wiederbelebt. So, Diahelm. Hör auf, unsere Dias zu farmen. Die habe ich auch gefarmt. Ich habe keine Dias wahrscheinlich. Ich bin nicht so eine. So eine. So eine. Okay, Tobi, weißt du was? Wir machen einfach so. Jeder darf jeden benutzen. Wir wechseln uns immer ab. Aber du darfst Namen entscheiden von dem einen, okay? Ja. Kann man euch helfen? Nee, das ist unmöglich. Das ist kommentiert. Wir brauchen so einen Part-Therapeut. Okay, Tobi. Ja? Komm mal. Nein, ich will den nicht. Wir teilen uns jetzt beide einfach, okay? Wie nennen wir den Schwarzen? Du darfst entscheiden. Yeah. Tobi. Ich google. Lustiger Name. Lustiger Name. Okay, wir nehmen den. Aber ich meine jetzt blind. Warte, ich mache blind und D. Und der Name ist? Philipp Scheidemann. Ich weiß nicht, ob das der lustige Name ist. Ihr seid der lustige Namen. Der heißt jetzt so. Philipp Scheidemann. Zanilla Hustekuchen. Herzack, Frau Doktor. Hä? Der hat keinen Namen bekommen? Ja, ich kann. Haha. Nenn ihn Philipp Scheidemann, bitte. Okay, Philipp. Ich glaube, eigentlich ist es egal, wer den brütet. Kann das sein? Ja, ging nicht. Er heißt Philipp Scheidemann. Ja. Bist du jetzt losgezogen? Ja. Du hättest ihn eigentlich nur Scheidemann nennen müssen. Also, kann ich noch hinterher kommen? Fliegst du gerade mit dem Baggerfahrer? Wo man reinkommt. Ja. Willkommen auf dem neuen Friedhof von Stadthausen. Ja, machen wir richtig. Das Ex ist so Assis Lenk. Achso. Dann verschwinde ich mal aus dem Discord, Leute. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.